Moin Moin, willkommen zurück zu einer Weihelrunde von Legion DD2, Klassiken Modus. Der Kuli Garage und Armut Lukas sind beide mit dabei, das heißt wir spielen zu dritt. Brauchen wir nur noch einen vierten? Heute gibt es Kiga-Mirks. Das bedeutet, wir nehmen... Ja, wir brauchen Kohle, na? Nimm die Borg. Willkommen zu Nova. Wer spricht da? Ich höre schon Stimmen. So, wir haben auf jeden Fall eine Sakura-Blume am Start. Wir haben Gargoyle, Grawl, Literarcher. Hm. Das brauche ich nicht, nehme lieber so mit. Marge Schaden ist genug da. Auf Preisschaden nicht so... Naja. Wird schon schief gehen. So, Sakura-Blume muss auf jeden Fall platziert werden. Zack, zack. Machen Upgrade. Ready. Zwei Möker. Schluss. Oh, Mann. Das andere wären Ratten, die nämlich bestimmt nicht. Ich nehme dich, die scheiß Ratten. Das ist ein Kacke. So, wie sieht sie drüben aus? Ich kann ja erstmal nichts machen. Ich habe die einfach... Ich kann auch nichts dafür. Vielleicht habe ich auch einfach Glück. Und die ist gerade gut. Was ist das? Ach so, Fiesta. Okay. 40er Schmecke, ich wollte schon sagen. So, ich hole jetzt aber keinen Worker, damit ich den Gargelt platzieren kann. Zack. Okay, hätte ich mir noch so einen Worker gönnen können. Ich glaube, es geht sogar noch eins hinter, ne? Naja, ich lasse es jetzt. Bananen bauen. Kacke. Jetzt haben wir auch Verzauber. Gegenangriff. Hol ich dir das gut. Riesenschnecken. Riesenschnecken und Gigamercs. Junge, das brauche ich. Oh mein Gott. Mega fett Das wird richtig gut Jetzt gibt es hier Schnecken, die sind so groß wie so ein Kraken oder sowas. Das ist mega geil. Das machen wir. Jetzt bin ich ganz gut dabei, was die Walker angeht. Ja, das soll so sein. Hier muss ich gucken, dass ich auf der 6 ein bisschen was schicke. Da gucke ich vielleicht durch, aber es ist wirklich krass. Riesenschlägen hoch, 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 hoch. Das wird gut. Ich könnte auch nur noch Sakura Blume hinpacken. Das ist gar nicht verkehrt. Hier pack ich auf jeden Fall ein Grawl hin. Mit Magieschild. Und halte die noch mehr aus. Ja, aber er hat schon recht. Also gerade in den späteren Runden, da gibt es nur noch Goldkisten. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind immer noch so wie vorher. Ich schicke auf Geld. Stimmt ja. Bananenbaum. Dicke Schnecken müssen rein. So, den Grawl. Ja, die Schnecke ist aber auch immer übelst Fett gewesen bei Gigamirx. Äh, nicht die Schnecke, der Mimic. Weil du einfach so viel Kohle davon bekommst. Das ist schon abartig manchmal. Das ist ganz weit unten. Ich kriege jetzt erstmal eine Trippelschnecke von mir. Ja, ist nicht wirklich viel, aber... Naja. Man tut was man kann. Ich hau mal noch einen rein. Ich schicke einfach nur noch Schnecken. Bis ich die Großen bekomme. So, Elite Archer wird platziert. Der hält mich die nächsten Runden am Leben. Aber locker bin ich ganz gut dabei. Ich bin mit den anderen auf. Außer Amelukas natürlich. Mit seinem Fiesta. Oder mehr Kohle. Also gleich viel. Möge ich mir noch eine Schnecke reinschicken. Nö, die 4 Schnecke. Ah, die Garol schalten jetzt alles ab. Wirker rein. Noch Wirker rein. Noch Wirker rein. Na komm, Blumen überlebt. Nö. Kacke. Naja, halb so wild. Aber ich muss sagen, es macht echt Spaß mit Zuschauern zusammen zu spielen. Das mache ich wirklich unheimlich gerne. Also auch wenn, wenn ihr Bock habt mitzumachen. Er sieht mich bei Steam. Schreibt mich an. So, dann reißen wir ein paar Runden zusammen ab. Wäre krass, wenn wir so eine 4 gegen 4 zusammen kriegen. Wir haben 8 Leute. Der Manni hatte mich schon angefragt. Der falsche Manni, den hatte ich auch schon angenommen. Aber wir haben es jetzt auch nicht zusammengespielt. Aber es wäre cool, wenn wir so einfach so ein paar Runden zusammen richtig gewinnen können. So dreimal Fiesta und ein Dicker oder sowas. Irgend so eine krasse Kombo. Oh, die Blumen hat sogar überlebt. Sehr schön. Dagegen ist ein Bananbaum, kann ich natürlich nicht anstinken. Und auch noch Healing dazu. Hm. Ich brauche die Zora rein. Moment, 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 Moment. Wir bauen die auf. Die brauchen wir. Die müsste relativ früh da sein. Damit die sich noch upgraden kann. Da müssen wir aufpassen. Was ist hier los? Ein Haufen Harpien. So, upgrade ist wichtig auf jeden Fall. Ja, der wird gut gegen geheilt. Wenn ich ihm gut reinknalle, kriegt er auf jeden Fall mehr Schaden. Das machen wir auch. Wir machen eine größere. Die Kanonie habe ich nicht noch Down gekriegt. Ich werde diese Runde mal ein bisschen weniger Worker bauen und mehr Einheiten. einfach deswegen. Damit ich die Runde nicht verkacke. Hehehe. Einfach erklärt. So, aber dann mache ich nächste Runde wieder Blocker rein. Gerade mal 19. Muss ich wieder ein bisschen was aufbauen. So, eine 3er Brute. Uh, der ist ganz schön groß. Gucken wir mal rein. Okay, er hat diesen Wächter der Meere noch gebaut. Ich blut kloppt sich mit dem und der kloppt sich mit dem. Das ist natürlich Kacke. Naja. So ist das eben. Wohl mehr Worker. Wohl mehr Worker. Diesen Schnecken. Ich brauche die Riesenschnecken. Ah, den kann ich nicht upgraden. stell dir einfach noch so einen hin so und tu noch einen Worker fertig acht Riesenschnecken zeig sie mir Moment ich habe auch kleine dabei ich hatte fünf kleine dabei ich hatte fünf kleine dabei so geht das nicht das ist groß verschissen aber ganz schön schnell verschissen alle verkackt mir bringt auch ein Wimic nichts weil er nur so kleine Scheine weil er keine kleinen Teile hat so wie die anderen wenn er kleine Teile hätte so wie das hier zum Beispiel oder die oder das dann könnte ich Mimic schicken für viel Kohle aber so und ich da kriege ich ja nichts raus die kriegt ja nur beim Kill was so ein Arsch ach du Kacke ein Gigateil wo ich schicke ihm auch ein Gigateil jetzt rein er schickt mir zu viel jetzt schon er hat schon zu viele Worker der da ja ich habe auch kaum Worker hier es ist halt die Kohle lässt langsam nach so wir bauen auf jeden Fall dich auf ja jetzt holen wir Worker ich brauche Worker ich brauche Riesenschnecken oh Alter diese Riesenteile das ist schon krass jetzt kriegst du jede Runde die Scheiße geschickt ich schicke sie auch jede Runde rein das kann ich nicht halten ich habe zu viel verkackt den letzten Runden scheiße ich brauche nein ich brauche Aufprallschaden ich bin immer gierig ja ich muss auch mal ein paar drauf holen wir kriegen hier jede Runde das dicke Zeug geschickt also ich muss eigentlich nur Aufprallschaden schicken sonst nix eine riesengroße Brute eine riesengroße Schnecke die Schnecke hält einfach zu viel aus ich kann es nicht halten so wir machen da ein paar Upgrades wir müssen ein paar Tanks aufbauen so da können wir noch eine 4er Turtle raus machen aber wir machen die hin den Unheult es wird immer mehr aber ich habe keinen Aufprallschaden um gegen die Schnecke zu bestehen das sieht gut aus das sieht gut aus jawohl diesmal habe ich es geschafft jetzt sieht der zu viel hochgeheichelt aufwärt aufwärt wirklich viele option habe ich auch nicht was zu schicken so auf jeden fall ihnen aber der ist mir jetzt noch zu teuer der bringt mir jetzt noch nicht so viel er macht nur die Bananenbäume und hielt die mega hoch hoch wie lange diese scheiß Schnecke lebt das ist doch nicht normal kaka ab endlich ja mir bringt es nichts die Schnecke zu schicken zumindest zu viele zumindest zu viele uff 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 das sieht gar nicht mal so gut aus ne 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 wir bauen mehr wir bauen mehr wir müssen mehr bauen uns überstehen wir das hier nicht ich sammle einfach schick nicht so runter nicht so und ist besser wir haben noch die Regeneration mega hoch hoch wir haben noch die Regeneration äh die Regenerationsbäume so platziat wir müssen ja noch mega heal die Regeneration die Regeneration die Regeneration ich schick einfach alles was ich kann so ich brauche jetzt auch keine Worker mehr ich brauche jetzt das den Einheiten die Einheiten Verstärkung brauche ich jetzt auch einfach sonst ist hier ganz schnell Schluss und das wollen wir nicht ich hätte eigentlich schon nichts verkacken müssen aber was solls boah alter ein riesen Dino riesen Schnecke auf Wert boah maximal kann nicht mehr raus 920 ey wird die hochgeheilt werden das ist auch nicht mehr normal das schafft die nicht ey scheiße auch wirklich gut wenn die ganzen Eiers noch in Arsch gemacht werden aber ist von unserem Team na ja dann ist schlecht ok die hatten Autos sind alle noch ein außer mir schade gut dann muss ich halt so weitermachen schlitz 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 ich habe ja leider nicht so viel Auswahl bürger sieht bei uns allen kacke aus aber die schicken uns ohne Pause üls dicke Dinger rein das ist echt kacke ein riesen Geisterritter ich muss auf jeden Fall hier äh einem riesengroßen Voreis schicken jetzt wird er mir Müllgas bringen wenn er die kleinen Viecher holt aber ohne Voreis sehe ich da keine guten Chancen den durchzukriegen wo er hat noch gut Eier stehen das ist sehr gut ne ich sammle weiter Regeneration ist übelst fett mega heal ich komme ja nicht mal durch die ähm durch die Bananenbäume durch in meinem jetzigen in meinem jetzigen wir möglichen das ganze ausgenutzt ja mal sehen also wir haben noch nicht so viel gekonnt und kriegen die ganze Zeit auf die Schnauze aber die schicken auch jede Runde trotzdem noch weiter nach vielleicht gewinnen wir das sogar noch das wäre krass das wäre echt krass wenn wir das noch gewinnen so bis auf 10 gold alles ausgegeben das sieht doch schon gut aus fast 2000 drüber ist stark also haben wir nur 15.000 nö ich hole keine Arbeiter ich will hier wohl heben ich krieg so schön genug auf die Schnauze ach du kacke es ist ja alles lila hier ja wir sollten auf die 22 vielleicht gehen ja ich weiß nicht aber wir den nächsten überleben auf jeden Fall einen absolut gigantischen Voreis den brauche ich dann die Dreieinigkeit so haben wir noch was zum upgraden nö alles fertig das wir brauchen einfach noch so einen hin und von dir aus ich brauche auch noch so einen hin 260 ein Hexchen ein Hexchen Poker Hexe der geht noch aus Voreis Alter macht den übelsten Schaden von vornherein schon ja das war wichtig der Baum ist da und alle beide weil der dreimal drauf geschossen hat oder so die konnten gar nicht genug gegen heilen das war verdammt wichtig er macht schon mit dem ersten Schuss 650 Schaden krass genau richtig entschieden so muss es sein so muss es sein das ist ein Comeback ey oben kämpft noch einer Voreis haut ordentlich rein da kommt immer mehr Schaden drauf das war eine gute Runde also am Anfang war sie kacke aber am Ende haben wir gewonnen krass das war eine weitere Runde Legion schau doch gerne bei den anderen Videos mit vorbei zum Beispiel hier habe ich auch mit Dirage und Amo und Lukas zusammen gespielt bis dahin entspannt machts gut bis zum nächsten Mal Ciao